Es schneit! Juhuuu! Wir arbeiten an einem sehr geheimen Projekt und ich darf nicht sagen, mit wem und über was und bei wem. War wieder zu viel? Fuck! Jetzt passiert es nicht. Jetzt war es nicht zu heiß. Scheiße! Also jetzt, nach 5 Stunden ungefähr, hat der Herr Rechstein das Ball auch geschafft und er darf endlich wieder nach Hause gehen. Die Vision ist beendet. Ich habe ihn dabei begleiten dürfen. Ihr dürft verdammt gespannt sein, dass da alles kommt. Kaffee Gossip! Kaffee Gossip! Potentierter Teilnehmer für die nächsten Schweizer Meisterschaften. Ich bin geil und bin gut drin. Ich bin Deine Schmerzen für mich. Wie einfach so einscreen, ein Fahrzeug zuう. Ich bin passes regarde mit dem pear. Herr Rechstein die Dämme, dir ja auch nicht. Mit dem blenden sind keine Schmerzen. Ich bin einfach vermutlich in derische Haut. Vielen Dank.